Hallo, hallo, ihr Hübschen und willkommen zum Wochenorakel. Wir haben diese Woche, es geht um die Woche vom 4.3. bis zum 10.3., und da haben wir Steinbockenergie. Ja, wir haben das Böckchen. Wir haben Wassermannenergie, das erhöhte Bewusstsein, eine Situation von oben betrachten, wäre gut, weil man dann, wir haben Fischemondenergie, etwas begreift. Ja, was braucht man dafür? Meistens ein wenig Abstand, ein wenig Distanz oder jemanden, der einen objektiven Blickwinkel hat und einem die Situation deshalb, ohne selbst emotional betroffen zu sein, ganz gut erklären kann. Das sind die Energien. Wir haben am Wochenende, wenn wir in der Fischemondenergie sind, auch den Superneumond. Ja, da ist der Mond dieses Jahr in greifbarer Nähe. Hier ist das erhöhte Bewusstsein in greifbarer Nähe. Ja, also sprich, er hat den erdnächsten Punkt, die Distanz zur Erde ist am geringsten in diesem Jahr und das mit diesem Superneumond. Ja, und dieser Superneumond ist auf dem 10., ja, die 10 ist immer ein Abschluss und ein Neuanfang. Und der ist nicht nur am 10., sondern auch um 10., ja, also das alleine ist ja schon super an dem Superneumond, ne. Und Merkur zieht entsprechend auch am Superneumond in den Widder, ja. Das heißt, dieses höhere Wissen, dieses erhöhte Bewusstsein bringt einen dann auch entsprechende Veränderungen rein, ja. Weil man hat einfach etwas begriffen, für sich, äh, completo tut die erfasst, ja. Ein Abschluss in einer Lernaufgabe vollbracht. So, haben wir ihmchen. Schätzelein, da ist er. Merkur in Widder. Ja. Das heißt, dieses höhere Bewusstsein, dieser Gipfelpunkt, dieses Gipfelerlebnis bringt dann eben auch entsprechende Veränderungen rein, ja. Jetzt bewege ich mich. Jetzt werde ich aktiv. Jetzt verändere ich was. Ich muss das erstmal begreifen, ja. Und jetzt ist der Moment da. Verruckt. Da begleite ich euch aber wieder. Wir steigen in die einzelnen Mondenergien, das wisst ihr ja, steigen wir dann wieder intensiver ein. Da habe ich auch Bock drauf, ja. Weil das hier zu tatsächlichen Ergebnissen führt. Nicht so wie letzte Woche, ne, wo ich gesagt habe, oh nee, auf dieses Rumgeeier habe ich hier keine Lust. Da habe ich Bock drauf, also braucht ihr euch keine Gedanken machen. Da steige ich dann wieder in den jeweiligen Energieabschnitten mit euch ein. Ja, nur schon einmal, was so diese Woche mit sich bringt, ne. Und jetzt gucken wir uns hier nochmal kurze Impulse für die einzelnen Tage an, weil ich finde, so vorbereitende Ideen für die Woche können niemals schaden, ne. Steigen aber in die Tiefe dann in den jeweiligen Abschnitten ein, ne. Also gucken wir uns erstmal den heutigen Tag an, Montag hier, ne. Ein kurzer Schlüssel für jeden Tag. Montag. Was können wir als Impuls für den heutigen Tag? Secret Key, ne. Das, was im Verborgenen lag, ne. Das, was im Verborgenen lag, wird auf einmal sichtbar. Ja, man hat dieses höhere Bewusstsein, man hat mehr Wissen, ne. Und dieses mehr Wissen ist halt ein Schlüssel, den man benötigt hat, ja, um endgültig in Veränderung zu gehen, ja, weiterzuziehen. Oder etwas Bestimmtes als Veränderung anzustreben, ne. Und einen tatsächlichen Abschluss zu schaffen. Ja, supi. Also, Montag. Was bekommen wir für heute? Für heute. Uh. Oder auch nicht uh. Ja. Also, erstmal, sehnt sich die Welt heute nach Geborgenheit, Wärme und Seelenbalsam, ja, nach einem prasselnden Kaminfeuer, nach Ruhe, ja. Also, das ist aber witzigerweise ja auch das, was wir schon im Orakel fürs Hochdehende-Wochenende hatten, ne. So dieses, oh nee, komm, ja, Stress, Streit, Auspowern, lass mich damit in Ruhe. Also, wenn der ein oder andere hier noch was ausdiskutieren möchte mit jemandem, äh, könnt ihr heute vergessen, ja. Andocken, äh, wird da nicht funktionieren. Bedarf nach klärenden Gesprächen wird hier vom Außen nicht befriedigt, ja. Das Außen braucht Ruhe. Also, alle, die auch ein knisterndes Feuerchen haben möchten, es gemütlich haben möchten, ja, und lauschig und im Miteinander, ja, was heißt, ähm, Gefühl von Verbundenheit geben wollen. Herzlich willkommen, ne. Und alle anderen, und das hatten wir ja schon im Hochdehende-Wochenende, ja, ähm, können irgendwie nicht andocken, ne. Kriegen hier die Tür vor der Nase zugeknallt. Die allgemeine Energie strebt, ne, und das haben wir ja aber auch schon im Februar stark erklärt, ne, wir hatten ja diesen trennenden Aspekt, ja, den, den haben wir, der wird jetzt hinter sich gelassen, ne, jetzt geht's wieder um das Gemeinsame, ne, Frühlingstag und Nachtgleiche, ne, um das Gleichnis, ja. Ja, man hat hier, ähm, Dual ist, ne, Dualität, Gegensätzlichkeit, ja, Streit ist alles raus, ne, das, ähm, ist die energetische Gesinnung, steht nicht, da steht einem nicht der Sinn nach, ja. Ja, ja, und deswegen kann man damit jetzt eben auch hier zumindest zu Beginn der Woche nicht mehr andocken, ja. Vielleicht dann zum Wochenende, wenn man was begriffen hat, ne, dass dann hier nochmal klärende Gespräche, um endgültige Abschlüsse zu bekommen, ja, oder, ähm, verbindliche Veränderungen hinzubekommen. Mag sein, wir gucken rein, aber hier Anfang der Woche, nein. Wenn ihr Klärungsbedarf habt, dann spart euch die Zeit und auch die Mühe und auch den Aufwand, ja, den Aufriss und klärt das erstmal mit euch, alles andere ist verlorene Zeit und Liebesmüh. Dienstag, morgen, ja, genau, hier, ne, da verschließt man sich vor. Hier guckt mal, ne, ich bin's müde, ich bin's leid und ich hab da jetzt auch keinen Bock mehr drauf. Hier, die Waffen fallen lassen, ne, und hier nur so hinter sich her schleifend, ja, hier so den Kampfplatz verlassen, ja. Da verschließt man sich vor, ja, da, ähm, sind die Fronten verhärtet, da hat man mittlerweile auch, äh, verstanden, dass das alte Probleme sind, ja, die jetzt ausgelutscht sind, ne, worauf man jetzt einfach keine Böcke mehr hat. Und, ähm, da wird die Tür vor verschlossen. Ähm, Ende im Gelände. Dann muss ja auch irgendwann dann mal gut sein, ja, das nützt ja auch nichts, irgendwie immer die gleichen Themen 20.000 mal durchzukauen, hat ja auch keiner Bock drauf, ne. Ja, Mittwoch. Aura und Chakra Arbeit, Arbeit mit Heilstein, das ist witzig, ja, weil ich hatte euch ja, äh, am Wochenende auch dem einen oder anderen seinen Frühlingsstein genannt, ja. Ja, äh, das finde ich schon wieder spannend. Hat sich vielleicht der ein oder andere am Wochenende auch mit befasst, ja, mit seinem Frühlingsstein. Ansonsten, ähm, gebe ich die Möglichkeit nochmal in die, äh, in die Energiebox, in die Infobox rein, ne. Ja, hier, ne, immer noch, oh komm, ja. Da, da ist man erschöpft, ne, man ist da erschöpft, ne, und man guckt sich halt, das zieht sich hier so durch die Woche, ne. Und, äh, man guckt sich hier an, was. Heil. Da, die Betonung liegt auf heilen, ja. Und, Kraft. Heil und Kraft. Ja. Was Energie bringt, heilsame Energie ist, ja, wo man hier, ja, hier steht's ja auch, genau, Weg der Heilung, ne. Wo man Heilung erfährt, ja, wo man hier, ne. Ja, man ist erschöpft, kein Bock mehr drauf. Na. Man sucht hier auch, ähm, Orte auf, hier war ich, ähm, gestern auch wieder mit der Familie hier an unserer, äh, Quelle. Da haben wir uns mit frischem Quellwasser wieder aufgeladen hier, dass wir, also, wir merken das ja hier immer sofort, ne. Ja, und das ist hier auch so die Energie, ja, der Rest, ihr möchtet auch dahin eigentlich, ne. Hätte ich euch mal alle mitgenommen, ja, ihr möchtet auch dahin, ne. Ihr möchtet raus, frische Luft genießen, das Aufblühen in der Natur genießen, ja, dieses Friedliche, was die Natur jetzt mit sich bringt, ne. Und alles andere, äh, darf gerne raus. Zieht sich hier so durch die Woche, ne. Ja. Es geht also, vielleicht kommt dann Mittwoch so rein, ja. Es wird nicht die ganze Welt eine Kur beantragen, ja. Ja, aber tatsächlich, ne, Kur, Urlaub buchen, ja, mit Freunden draußen auf den Spaziergang verabreden. All das, was, äh, Körper, Geist und Seele jetzt gut tut, ne. Und entfernt es von alten Problemen, verhärteten Fronten, ne. Keine Böcke drauf. Hier, da, ne, ist hier alles Steinbock. Das sind alles die Steinbock-Tage, ne. Nein, danke. Ja. Nein, danke. Da verschließt man sich jetzt, ne. Da verschließt man sich jetzt. Donnerstag. Das ist einfach zu anstrengend, ne. Das ist zu anstrengend. Donnerstag. Donnerstag. Ja, Donnerstag wird hier aber, äh, da. Holt einen dann das ein oder andere, wo man keinen Bock drauf hatte, ein. Donnerstag, hier, geht das los, ja, dass, ähm, Lawinen losgetreten werden, insofern, ja, dass man, äh, das Geheimnisse aufgedeckt werden, ne. Hier hat man auf einmal das klare Wissen, ne. Klares Wissen. Das ist witzig, weil eigentlich wollte man das gar nicht mehr haben, ja. Das Bedürfnis, ne, ist hier so bis Mitte der Woche, äh, überhaupt nicht vorhanden, ja. Das ist hier so eine Lecomio-Energie, es interessiert mich nicht mehr, ja. Ja, ja, und kaum, ja, ne, hört der Ego auf zu kämpfen, ja, passiert hier was, ja, okay, wir sagen es dir jetzt aber trotzdem oder erst recht oder weil du es jetzt nicht mehr wissen willst, ja, weil das ist so unfreiwilliger Zeuge sein, ja. Mich interessiert das gar nicht mehr. Ja, genau, das ist das Problem, deswegen will ich es dir jetzt aber unbedingt sagen, oh Gott, okay. Okay, okay, auf einmal wird, äh, es ein wenig hektisch, ja, hektisch, äh, trubelig und man bekommt, äh, hier ein Wissen rein, was man gar nicht mehr für sich brauchte oder haben wollte, ja. Okay, Freitag. Also genießt die Ruhe und die Entspanntheit, ja, bis zur Wochenmitte, ne, hier zum Wochenende, Donnerstag, äh, ja, ganz genau. So. Das, äh, hier ist etwas sehr ungesund gewesen, ja, der ein oder andere von euch wusste auch, dass das sehr ungesund ist, hat, ja, vielleicht öfter das Gespräch darüber gesucht, dass das hier ungesund ist, ja, und, äh, aber ja eben das Reden aufgegeben, ne. Ja, ja, und jetzt, ähm, bekommt man hier unfreiwillig, ja, etwas auf dem Silbertablett serviert, was einen erstmal Nerven kostet. Weil das, was man geahnt hat, weiß man jetzt. Und jetzt ist hier die Frage, supi geil, ja, was mache ich denn jetzt mit diesem Wissen? Was mache ich mit diesem Wissen? Warum lässt mich diese Scheiße überhaupt nicht los, ja? Jetzt bin ich hier unfreiwilliger Zeuge. Ja, dieses Geheimnis wird jetzt aufgedeckt und ich will es überhaupt gar nicht mehr wissen. Jetzt bin ich mit meinen Nerven, mit meinen Gedanken wieder in dieser Problematik drin. Obwohl ich ja eigentlich entschieden habe, dass ich da gar nicht mehr rein will. Mein Gott, geht es mir auf Eier, ne? Hört es denn nicht auf? Das haben wir hier so Donnerstag und Freitag, ja. Ja, doch, wenn du dein übliches Verhalten änderst, ne? Weil jetzt kommen wir ja hier zu, das ist ja hier die Wassermann-Energie. Und jetzt kommen wir hier in die Neumond-Energie, in die Fische-Energie, in die Energie der Lernaufgabe, ja, einfach anders als üblich, ja, als bisher damit umzugehen. Okay, das durchbricht den Teufelskreis, ja, und läutet dann tatsächliche Veränderungen ein, ne? Was euer übliches Umgehen ist, ja, und dann das veränderte Umgehen ist, das ist wieder sehr individuell, logischerweise, ne? Aber wir machen dann auch nochmal, äh, zu gegebener Zeit, dann entsprechend das Merkur im Widder-Orakel, ne? Wo wir uns hier entsprechende Ratschläge dann abholen. Tipps, ja, Freitag. Ja, witzigerweise ist anscheinend eure Überlegung, gut, okay, ja, jetzt bin ich hier unfreiwilliger Zeuge, jetzt ist dieses Geheimnis hier aufgedeckt, ja, jetzt kostet es mich wirklich Nerven, jetzt lässt es mich nicht los, dass ich das jetzt weiß, ja? Ja, also gehe ich jetzt doch nochmal in diesen Konflikt, ja, und jetzt, äh, sagen die anderen dazugehörigen Personen, nein. Ich will darüber nicht reden. Ja, kann ich euch sagen, jetzt ist schon sagen, was hier die Lernaufgabe ist, ne? Da, Abgrenzung. Wenn die Situation nicht zu euch gehört, weil wir sind im Monat drei, ne? Dreier-Energien. Das heißt, ihr seht etwas, beobachtet etwas, was euch aber nur indirekt betrifft. Seid ihr jetzt quasi in der Überlegung, spreche ich es an oder nicht? Kann ich euch sagen, nützt gar nichts. Ja, weil die Lernaufgabe ist hier, sich abzugrenzen, ja, und zu unterscheiden, ja, was geht mich wirklich was an und was nicht? Das ist hier so, ähm, das ist hier die Lernaufgabe, ja. Wo stecke ich meine Nase rein, ist die Lernaufgabe. Stecke ich meine Nase in die Angelegenheiten anderer Leute, wird mich das zur Erschöpfung bringen, weil es mich eigentlich überhaupt nichts angeht, ne? Das ist immer dieses, das, was ich immer versuche zu vermitteln mit Akzeptanz und Annahme, ne? Im Recht des Seins, ja? Jeder hat das Recht zu sein, wie er sie es will, ja? Und, ähm, man kann immer nur gucken, Frühlingstag und Nachtgleichheit, ne? Gleichheit. Ähm, passt das zu mir, ja oder nein, ne? Und bei nein nützt es nichts hier, in Stress und Streit zu versuchen, den anderen zu verbiegen, ja? Ja, das ist der Weg in den Burnout, in die Erschöpfung, ja? Und das haben hier viele verstanden und begriffen, ja? Und jetzt kommt aber, weil man ein klares Bewusstsein hat, die kreisende, surrende Biene, der kreisende, surrende Gedanken, der einen nicht loslässt, ja? Und deswegen überlegt man, muss ich hier doch nochmal Klarheit haben? Und, ähm, die andere Person sagt, nein. In Wahrheit, ja? Lern hier mal, ne? Abgrenzung, das ist nicht dein Sein, das ist mein Sein. Und ich entscheide, ja? Wann ich darüber sprechen möchte, wann nicht, ob denn das ist mein Leben. Ja, und alle, die das, äh, schon gelernt haben, ja? Ja, entspannt hoch die Taschen, Schicksalsrad kann sich weiterdrehen, ja? Und für alle anderen kommt hier nochmal so ein Testballon, ja? Ein Testballon, das, ähm, kannst du unterscheiden, ja? Mein Leben, dein Leben, mein Sein, dein Sein. Entscheide, ob das Sein, ja, zusammenpasst. Und nicht, ob du mich so verbiegen kannst, dass ich in dein Sein passe. Das ist hier die Frage. Weil es löst halt einen Fluchtreflex aus, wenn ihr meint, ihr müsstet, äh, das hier kommunizieren, ne? Zum hunderttausendsten Mal. Kommt da, ja, genau, hier. Diese Person hat keinen Bock auf, ähm... Ich finde die Worte hier drauf so hart, ihr Süßen, ja? Deswegen, ähm, ich erwarte, ich fordere, ja? Ich, äh, drohe, ich entscheide, was negativ, was positiv ist, ja? Ich, äh, habe eine Meinung, ja? Und kämpfe darum, dass du die als richtig annimmst, ja? Äh, ähm, ich fessel dich durch Bedingungen. Das wäre halt eben hier die Schlangenenergie, ne? Die einen hier selbst zur Erschöpfung bringt. Und diese Erschöpfung soll dafür sorgen, ja? Sinn der Sache ist, ne? Dass man hier unterscheidet, ne? Mein Sein und dein Sein, ne? Und den anderen dann die eigene Wahrheit eigentlich als, äh, wahr überstülpt. Das ist die Lernaufgabe dahinter, ja? Und dieses klare Wissen, ne? Der Abgrenzung vom Energiefeld. Das wird einem hier als Lernaufgabe eben nochmal übergestülpt, ne? Und ich will, dass du so bist, wie ich es mir vorstelle, ist ja eben die Basis, ne? Für Streit, äh, Kampf und das ist einfach mangelnde Akzeptanz und Annahme des Seins, ne? Das Recht auf Seins eines anderen, ne? Das sind hier alles Ego-Spiele. Die immer zur Erschöpfung fühlen. Immer, ne? Weil, wenn man in der Energie ist, ja, in dem höheren Bewusstsein ist, dass jeder das Recht auf das eigene Sein, auf die eigene Entfaltung, auf die eigene Schöpferkraft und Macht hat, ja? Dann steigt man ja hier in so ein Ekelkrams gar nicht ein, ne? Da verbindet man sich mit Gleichgesinnten und alle anderen lässt man eben sein, ne? Und, ähm, dass auch nichts anderes, ähm, erfüllend ist, wird hier diese Woche nochmal erfahren. Ja? Es gibt hier diese Woche auf jede Form der Einmischung quasi ein klares Nein. Jede Einmischung ist unerwünscht. Punkt. Und das ist das, was halt eben, ja, begriffen werden darf, ne? Damit man eben in energetischen Aufschwung kommt, ne? Der Auftrieb durch Gleichgesinnte statt der erschöpfende Abtrieb durch, äh, das Andersartige, ne? Da darf man gerne neugierig sein, ne? Ähm, auch gerne in diese Energiefelder reinschnuppern, ja, und sich vielleicht auch an Andersartigkeit erfreuen, ne? Und, ähm, Dinge für sich ausprobieren. Alles gar kein Problem. Aber eben mit dieser Energie da reinzugehen, so, hier bin ich, ja, und jetzt gebe ich hier den Ton an. Und ich weiß besser, was hier, ähm, für dein Sein, ähm, vorbestimmt und so weiter ist. Das, das, äh, kann ja nur zu, so, und jetzt gibt's eine Bratpfanne auf dem Kopf führen, ne? Logischerweise. Ja. Ja, und dieses höhere Bewusstsein, diese Lernaufgabe, die findet jetzt einen Abschluss. Entweder, weil man's tatsächlich verstanden hat, ne, verstehen wird, zwangsweise, ja, oder, ähm, weil einem quasi, man hat's da nicht begriffen, aber es bleibt einem trotzdem nichts anderes übrig, weil man einfach erschöpft davon ist, ne, sich hier immer in den gleichen Teufelskreis zu begeben. Ja. Ne, also da haben wir dat. Und hier haben wir dat. Gut, dann kennen wir erstmal den Tenor der Woche, wissen auch, dass es so oder so, ja, zu einem Abschluss führt, entweder durch tatsächliches Begreifen oder weil man nicht mehr kann, ne? Das, äh, wird dann eben jedem, bei jedem wieder anders sein, entsprechend, ne? Und in die einzelnen Mondabschnitte gucken wir dann ja sowieso noch rein. Und Merkur und Widder mache ich dann auch zu gegebener Zeit und sag euch dann wieder Bescheid. Bis dann. So, han? Und dann, wenn wir 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 Vielen Dank.